Speak Stuff Ich zeige euch in diesem Artikel, was ihr an Werkzeugen benötigt, welche Materialien sich eignen und erkläre euch ein paar Grundbegriffe. Sollte dies der Beginn eines neuen kreativen Hobbys werden, empfiehlt es sich natürlich, sich anhand von Abbildungen in Büchern, mit Hilfe von YouTube-Filmen oder durch einen Kurs detaillierteres Wissen anzueignen. Werkzeuggrundausstattung zur Schmuckherstellung Um Schmuck herzustellen, braucht ihr neben dem Material eine große Portion Geduld und geeignetes Werkzeug. Bevor ihr nun zum Baumarkt lauft, um Zangen und Co. zu kaufen, empfehle ich euch, zuerst einmal im Bekanntenkreis danach zu fragen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die feinen Zangen von Heimwerkern wenig genutzt werden und konnte so die eine oder andere abstauben. Fäden, Gummis, Bänder – Material zum Auffädeln Während für Armschmuck Gummibänder ideal sind, eignen sich für Ketten verschiedene Bänder und Schnüre. Nicht nur die aufgefädelten Schmuckstücke selbst, sondern auch das Fädelmaterial bestimmt den Charakter der Kette oder des Colliers. Regeln gibt es dabei keine. Hier gilt, erlaubt ist, was gefällt. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Beim Auffädeln entscheidet ihr, ob von der Schnur nur etwas zu sehen sein soll oder ob sie komplett mit Perlen oder anderen Gestaltungselementen bedeckt sein wird. Wer sich bisher nie mit der Schmuckherstellung befasst hat, wird überrascht sein von der Vielfalt der Fäden, Bänder und Schnüre. Lederbänder gibt es in verschiedenen Stärken und Farben. Wichtig ist, beim Kauf darauf zu achten, dass die Perlen ein genügend großes Loch haben, um auf das Lederband gezogen zu werden. Es eignet sich für einen einzelnen dekorativen Stein oder einige wenige Perlen und kann einfach am Hals verknotet werden. So könnt ihr im Nu einen individuellen Schmuck kreieren. Nylonfaden wird oft empfohlen und ist zwar günstig zu haben, aber für ein Schmuckstück, an dem ihr lange Freude haben möchtet, eher nicht geeignet. Er lässt sich nicht sicher verknoten. Baumwollfäden lassen sich gut verarbeiten, sie haben aber den Nachteil, dass sie schnell durchscheuern. Perlseide oder Perlseide aus Kunstfaser sind die beliebtesten Schnüre, um Ketten herzustellen. Sie lässt sich gut durch Perlen mit kleinen Löchern ziehen, denn oft ist bereits beim Kauf eine entsprechend dünne Nadel integriert. Perlseide ist in verschiedenen Stärken erhältlich. Die Variante aus Kunstfaser ist preisgünstiger. Stahldraht, der mit Kunststoff beschichtet wurde, ist das perfekte Fädelmaterial für Steine und schwere Glasperlen. Er ist beinahe unverwüstlich. Auch scharfe Kanten an Bohrungen der Steine schaden ihm nicht. Zudem lässt er sich haltbar verknoten. Seidenbänder gibt es in vielen verschiedenen Farben und Breiten. Einzelne Elemente mit Edelweißmotiv oder Halbedelsteine wirken mit einem farblich auf die Kleidung abgestimmten Seidenband besonders hübsch. Kordeln, Schnüre und alles, was sonst noch in den Sinn kommt, könnt ihr für die Herstellung von einzigartigen Schmuckstücken ausprobieren. Silber- und Messingdraht wird für die Herstellung von Ohrschmuck verwendet. Dekorative Verschlüsse Die möglichen Kettenverschlüsse reichen von den bekannten Federringen und Karabinerschließen über Schraubverschlüsse bis hin zu den beliebten Magnetschließen. Je nach Fädelmaterial werden verschiedene Verschlüsse benötigt. Am besten kauft ihr beides zusammen, dann erlebt ihr daheim keine böse Überraschung. Je nach Stil des anzufertigenden Schmuckstückes kann die Schließe als Schmuckobjekt mit einbezogen werden. Meist verschwinden die Verschlüsse jedoch diskret im Nacken, weshalb es vor allem auf Sicherheit und Haltbarkeit ankommt. Magnetschließen sind in den letzten Jahren verbreitet auf den Markt gekommen und haben den Vorteil, dass die Kette ruckzuck ohne Spiegel sogar nur mit einer Hand angelegt werden kann. Modischer Ohrschmuck garantiert antialergisch Ich hatte jahrelang auf Modeschmuckohrringe und Ohrhänger verzichtet, da ich heftige Entzündungen davon bekam. Inzwischen gibt es in den Bastelläden der Schweiz ausschließlich nickelfreies Zubehör für Ohrschmuck. Für wenig Geld könnt ihr Ohrhaken mit und ohne Klappverschluss, Kreolen und verschiedene Stecker bekommen. Wer keine Ohrlöcher hat, findet natürlich auch Ohrschrauben und Ohrclips für die eigene Schmuckgestaltung. Mit diesen einfachen Materialien und verschiedenen Perlen lassen sich alle erdenklichen Schmuckstücke für die Ohren herstellen. Egal ob eingehängt oder geklebt, besonders auffallend wirken sie, wenn ihr sie auf die Kette und das Armband abstimmt. Traumhafte Perlenvielfalt und mehr Beim Gestalten von Modeschmuck sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt eure Schmuckstücke ganz nach eurem Geschmack gestalten, auf die Garderobe oder den aktuellen Modetrend abstimmen. Perlen gibt es aus Glas, Metall, Kunststoff, Holz oder Keramik zu kaufen. Und teilweise ist es sogar möglich, sie selbst zu machen. Verschiedene Metallelemente, Stäbe, Federn und Holzstücke lassen sich mit den Perlen zu originellen Schmuckkreationen verarbeiten. Ihr findet diese auf Spaziergängen in der Natur, bei einem Streifzug über den Flohmarkt, in Brockenhäusern, im eigenen Haushalt und natürlich in Fachgeschäften. Mit der Zeit werdet ihr immer mehr Möglichkeiten für die Schmuckgestaltung entdecken. Eine Win-Win-Win-Situation.